Das Aiming in Fortnite ist ja mit das Wichtigste, was dazu ausschlaggebend ist, dass man einfach überlegen dagegen über den Gegnern ist. Na klar kommt das ganze Movement, das Bauen, das Looten und auch ein bisschen Glück darauf an, wie man dann zum Schluss abschneidet, aber im Endeffekt zählt wirklich das Aiming. Man kann noch so gut bauen, wie man möchte, aber zum Schluss muss man ja den Gegner treffen, damit man ihn gekillt hat. Und wenn du vielleicht noch nicht ganz so gut im Aiming bist und noch ein paar Tricks brauchst, ein paar kleine Tipps, dann bist du hier genau richtig, denn heute zeige ich dir, wie du wirklich sehr sehr effektiv und auch sehr sehr schnell wirklich dein Aim richtig krass verbessern kannst. Deswegen bleib unbedingt bis zum Schluss dran und wenn du auch noch Freunde hast, die genau das gleiche Problem haben mit dem Aiming, dann teile dieses Video doch gerne an eure Freunde und empfiehle meinen Kanal auf jeden Fall weiter. Denn hier erwarten dich Tipps und Tricks zu allen Bereichen, sag ich mal in Fortnite und damit würde ich schon sagen, ab mit dem Video. Ich habe dieses Video genau in drei Teile gegliedert. Im ersten Tipp verrate ich dir was, was dich sofort weiterbringt, also du musst eine Sache einstellen und dann hast du sofort schon eine Verbesserung. Im zweiten, das richtet sich eher an eine Art Training, also etwas Langzeitiges. Und als drittes gebe ich dir dann noch Informationen zu den meisten Waffen wirklich in Fortnite, wie du diese auch bewältigen kannst und deswegen bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Deswegen, falls du wirklich deinen Gegnern überlegender sein möchtest, dann abonniere doch jetzt gerne mal meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Trag auch noch gerne meinen Support-A-Creator-Code ein, denn das motiviert mich einfach nur so unglaublich krass. Deswegen mach einfach mal die drei Sachen und schreib es mir immer gerne runter in die Kommentare, ob du diese drei Sachen gemacht hast. Also kurz ein Abo da gelassen hast, die Glocke aktiviert hast und meinen Creator-Code noch eingegeben hast. Und jetzt würde ich schon sagen, wirklich lang genug gequatscht, fangen wir direkt mal mit dem ersten Tipp an. Let's go! Der erste Tipp richtet sich wirklich noch eigentlich an die Anfänger, die wirklich noch nicht so viel Ahnung, sag ich mal, generell von dem Spiel haben und generell, die vielleicht neu auf dem PC umgestiegen sind oder generell neu mit Computerspielen vor allem angefangen haben. Ähm, dann kann ich euch diesen Tipp einfach nur weitergeben. Dabei handelt es sich um nichts anderes als die DPI anzupassen, beziehungsweise die Maus-Sensitivität in Fortnite wirklich anzupassen und individuell anzupassen. Denn viele wissen gar nicht, was das wirklich für einen enormen Fortschritt in wirklich kürzester Zeit erzielen kann. Ich meine, die meisten Fortnite-Spieler spielen bestimmt noch auf der normalen DPI und lass mich gerne mal wissen, auf welcher DPI du spielst. Hast du überhaupt schon darüber nachgedacht, sag ich mal, deine DPI zu ändern oder auch nicht? Naja, abgesehen vom Aiming ist eigentlich eine hohe DPI meistens besser, weil du dich schneller drehen kannst, krassere Turn-Ons den Gegner geben kannst und einfach schneller bauen kannst, ein schnelleres Movement hast, einfach alles ein bisschen schneller ist und das ist ja vor allem im E-Sport-Bereich dann wirklich hilfreich. Aber wir reden ja jetzt hier nicht vom E-Sport-Bereich, sondern für euch oder ja, ich versuche jetzt eure Situation, sag ich mal, hier zu erklären. Und zwar ist das normale Aiming, na klar, mit einer geringeren DPI viel einfacher und genauer. Naja, und wenn du jetzt wirklich nicht so viel Zeit hast in der Woche, jetzt zum Beispiel dich den ganzen Tag in kreativ aufzuhalten und mit einer hohen Sensitivität dann das Aiming zu trainieren, dann kann ich dir wirklich empfehlen, eine wirklich geringe DPI zu verwenden. Das kommt dann auch von Spieler zu Spieler drauf an, was für dich dann die beste DPI ist. Ich werde vielleicht in der Zukunft, falls ihr euch das wünscht oder falls ihr euch das, ja keine Ahnung, vorstellen könnt, ein Video dazu bringen, wie ihr wirklich für euch persönlich dann auch die beste DPI bzw. Mausempfindlichkeit dann einstellen könnt und finden könnt. Also nochmal grob zusammengefasst, wenn du wirklich in kürzester Zeit einen großen Fortschritt erzielen möchtest und nicht so viel Zeit hast in kreativ immer mit einer hohen Maus-Sensitivität zu trainieren, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, deine DPI einfach mal runterzuschrauben. Das liegt einfach daran, wenn du dann mit deiner Maus irgendwie auf den Gegner aimst, das ist halt einfach dann nicht so schnell und du kannst eigentlich viel genauer und langsamer aimen. Also probiere das gerne mal aus, schraub einfach mal deine DPI runter, probiere ein paar verschiedene Werte und dann findest du ziemlich schnell schon deinen perfekten Wert. Aber wie gesagt, dazu mache ich nochmal ein spezielles Video, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Als nächstes möchte ich euch mal was mit auf den Weg geben, was euch vor allem langzeitig wirklich im Aiming weiterbringt. Da kannst du deine Maus-Sensitivität so anschrauben, wie du möchtest, das ist dann nochmal krasser im Endeffekt auf eine längere Zeit betrachtet, sag ich mal. Ich rede hier von nichts Geringerem als wirklich das tägliche Training im Kreativmodus. Ich habe hier oben schon einen Code eingetragen von einer Map hier, die Insel ist gefunden. Ich werde euch den auch nochmal runter in die Beschreibung packen und dann könnt ihr euch diese Insel auf jeden Fall auch mal auswählen und auch mal anschauen. Also mir hat es wirklich schon jetzt richtig viel gebracht, sag ich mal. Das ist wirklich eine Only Aim Map, sag ich mal, auch für Konsolenspieler freundlich. Also das ist wirklich auch was für Konsolenspieler. Ich denke, ich habe auch viele PS4-Spieler hier in meiner Zuschauerschaft, in meiner Community und deswegen könnt ihr auf jeden Fall alle mal diese Map ausprobieren. Hier, ihr könnt schon sehen, wir starten jetzt hier mal das ganze Spiel und gucken uns die Map mal ein bisschen genauer an. Und zwar können wir hier uns jetzt einfach mal einen Weg aussuchen, dann werden wir hier erstmal hingeboostet, können dann mal kurz hier runterjumpen und sehen schon. Hier sind wirklich die verschiedensten Aim Trainings oder Trainings. Hier, wir können uns hier verschiedene Waffen mal schnappen, das ist ja noch ganz normal, sag ich mal, das ist jetzt nichts Besonderes. Und dann können wir hier wirklich die ganzen Spieler anschießen und das bockt sich dann einfach wirklich, das ist wirklich eine nice Sache. Das ist wirklich nur eine Kategorie, dann kann man noch andere Kategorien auswählen, Leute. Das bockt sich dann einfach wirklich und ihr seht schon, das bringt wirklich auf lange Sicht, ich fälle hier gerade ein bisschen rein, aber auf lange Sicht betrachtet, ist das wirklich eine nice Sache. Zwar stehen hier die Gegner, aber trotzdem kann man wirklich auch hier das ganze Flicken lernen hier, wenn man da hoch, also es ist wirklich nice. Es ist wirklich nice, ich kann euch diese Map wirklich nur ans Herz legen. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier noch eine andere Kategorie, ihr könnt hier auch die Scoped AR auswählen und mit der Scoped AR hier die Gegner treffen. Also es ist einfach wirklich super nice. Ich würde aber tatsächlich mal sagen, dass wir hier einfach mal einen anderen Weg auswählen und mal gucken, was uns hier erwartet. So, wir werden jetzt hier wieder hingeboostet und müssen dann hier wieder natürlich runterspringen, ist ja logisch. Und dann erwartet uns hier schon wieder die nächste Übung. So Leute, wir schnappen uns jetzt hier wieder zwei Waffen, meinetwegen mal die Schallgedämpfdiska und hier die neue Pump und gehen hier hin. Und dann gibt es hier, das sind die ganz normalen Standards, also ihr müsst dann hier hochspringen und dann befinden sich auch hier dann die Gegner. Die sind meistens One Shot, ihr seht das, also hier so, ich treffe jetzt hier natürlich auch nicht immer den Kopf. Dann müsst ihr hier runterspringen zum Beispiel, beziehungsweise ihr solltet da oben eigentlich normalerweise bleiben. Und hier sind, wie gesagt, die verschiedensten Hindernisse hier. Dann ist hier noch einer, Leute. Also dann gehen wir hier hin, dann können wir den treffen. Dann ist hier oben noch einer, den können wir auch treffen. Ist wirklich mega, mega nice. Man muss halt echt aufpassen, die haben auch Waffen. Und wenn man nicht nachgeladen hat, dann kann das ganz schnell böse enden. Aber ihr seht das ganze Prinzip. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt hier noch in die letzte Kategorie rein. Ich respawn hier nochmal und dann zeige ich euch nochmal die letzte Kategorie. So, wir gehen jetzt hier mal lang. Hier waren wir ja jetzt noch gar nicht. Es gibt insgesamt dann drei Wege, die wir hier vornehmen können. Ich springe jetzt hier auch mal runter. Und dann könnt ihr schon sehen, kann man sich hier wie immer die ganzen Waffen auswählen. Würde mal sagen, diesmal wählen wir uns hier einfach mal eine Handkanone aus, ein Sturmgewehr und dann nochmal eine Scar. Und ihr seht hier, man ist dann hier auf Eis und kann die ganzen Figuren abschießen. Das ist wirklich nice. Vor allem gibt es ja das auch öfters, dass man mal auf Eis ist, auf einer Eisplatte in Fortnite. Es gibt ja den zugefrorenen See, Leute. Und wenn man dann hier in Bewegung ist, sei es vom Quart aus, man kann sich das ja hier auch vorstellen, wenn man hier gerade Quart fährt oder ein anderer Quart fährt, dann muss man einfach echt seinen Aim, Leute, ich verkack's gerade komplett. Nee, aber dann kann man hier wirklich seinen Aim krass trainieren. Man ist hier richtig schnell. Umso schneller man ist, umso schwerer ist es natürlich, Leute. Das ist echt schwer. Und ihr seht schon, das bockt sich auch einfach. Und stellt euch mal vor, ihr macht es jetzt mal paar Wochen, paar Monate, jeden Tag vielleicht mal 10, 15 Minuten. Was meint ihr, wie gut ihr dann wirklich im Aiming seid? Das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Einfach mal generell vielleicht paar Minuten am Tag nur für das zu investieren. Das lohnt sich dann schon so krass. Ihr könnt dann einfach sehen, man kriegt dann einfach wirklich ein nices Aiming hin. Dann vertraut mir und ihr werdet schon sehen, dass es auch bei euch so funktioniert. Ich meine, kein Meister ist vom Himmel geflogen und deswegen keiner konnte sofort super aimen. Das hängt auch alles mit Training zusammen. Was meint ihr, wie oft die E-Sportler am Tag nur allein das Aiming trainieren? Und das ist, wie gesagt, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das hängt alles mit Training zusammen. So, Leute, der dritte Punkt im Video, den ich ansprechen möchte, nennt sich der Blum. Ich meine, ihr könnt ja schon bei vielen Waffen sehen, dass das Fadenkreuz, wenn man den Schuss gedrückt hält, immer weiter nach oben zählt und immer ungenauer wird damit. Ihr könnt es sehen, bei der Ska ist es wirklich noch krass, aber ihr seht, dass ich, ich sag mal, auf dem Mensch ziele und gleich wird einfach das Fadenkreuz nach oben gezogen. Ihr seht, dass das Fadenkreuz immer weiter nach oben geht. Ich denke, das ist auch nichts, das ist auch kein Neuland für die meisten von euch. Aber dennoch muss man das Ganze natürlich auch mit berücksichtigen, was das Aiming angeht. Denn wenn wir uns jetzt hier mal die Scope der AR angucken, sieht man, dass sie kaum einen Rückstoß hat. Ihr seht, ich bin hier immer noch auf der gleichen Stelle. Also die Scope der AR, es gibt manche Waffen, die haben fast gar keinen Rückstoß und es gibt manche Waffen, wie die normale AR oder sogar die AK, das ist ein Extrembeispiel, die einfach einen krassen Rückstoß haben. Ich kann euch das Ganze jetzt hier mal mit diesem Gewehr symbolisieren. Ihr könnt sehen, Leute, wenn ich hier, das Ganze zieht es voll nach oben, ihr seht es hier schon. Hier, ihr seht, das ganze Fadenkreuz zieht es nach oben und somit wird dann auch der Schuss natürlich ungenauern. Na klar, der erste Schuss trifft dann, aber wie sieht es dann mit den anderen aus? Und wie man das Ganze ein wenig minimieren kann, also ganz vermeiden geht das natürlich nicht, aber wie man das minimieren kann, zeige ich euch jetzt einfach mal. Das ist wirklich nichts super Innovatives, aber viele vernachlässigen das zum Beispiel. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir so, also wenn wir nicht scopen, dass der Schuss natürlich immer ungenau wird, ihr seht es, Leute. Sprich, das erste Ding ist, ihr müsst erstmal wirklich immer scopen. Das zweite Ding ist, ihr solltet nicht gleich, wenn ihr den Gegner in Tilte zum Beispiel rumlaufen seht, sofort abdrücken und noch nicht mal richtig gezielt haben. Ihr müsst wirklich erstmal sicher sein, dass ihr den Gegner mindestens den ersten Schuss zu 100% trefft und dann können wir auf jeden Fall mal weitergucken. Also ich sage jetzt, ich treffe den jetzt zu 100% und das erste, was ich mache, ist nicht sofort draufbleiben. Denn ihr seht, wenn ich einfach mal meine linke Maustaste dann gedrückt halte, sprich den Schuss, das Ganze zählt natürlich auch für Controller, dann haut es mein Fadenkreuz sofort nach oben. Sprich, was man auch normalerweise bei den Pro-Spielern sieht, immer einen Schuss abfeuern. Somit bleibt man ungefähr auf der gleichen Höhe und wenn man das Ganze wiederholt und ein bisschen nach unten lenkt, hat man eigentlich den Bloom sozusagen ein wenig minimiert. Für die Pro-Spieler und Amateure klingt das jetzt natürlich ein wenig einfach und lächerlich, aber viele vernachlässigen das. Viele sprayen, wenn die Gegner sehen einfach so drauf und dann haut es den Schuss einfach nach oben. Was viel besser ist, wenn der Gegner läuft oder so, ist immer einen Schuss abzufeuern und natürlich eigentlich normalerweise stehen zu bleiben. Ihr seht jetzt schon, so ist das Fadenkreuz wirklich super klein und somit ist der Schuss auch viel genauer. Wenn wir jetzt uns hier dabei bewegen, seht ihr schon krass, wie das ganze Fadenkreuz größer wird und der Schuss einfach viel ungenauer wird, als wenn wir jetzt hier stehen, dann können wir einfach abdrücken. Ihr seht, dass es einfach viel besser ist. Wenn ich jetzt hier noch laufe, dann wird das alles ein bisschen ungenau und na klar, die Profis können natürlich auch noch ihr Movement dabei hier zur Show bringen und alles. Aber normalerweise wirklich für die Beginner kann ich euch einfach nur empfehlen, normal sitzen zu bleiben, aimen und dann wirklich immer einen Schuss nach dem anderen abzufeuern oder abzugeben, Leute. Das soll es jetzt hier auch schon mit diesem kleinen Guide gewesen sein. Ich hoffe, dieser konnte euch auch weiterbringen. Ich hoffe, ihr habt wirklich was dabei gelernt und nicht, dass ihr schon alles davor wusstet. Das würde mich echt super freuen. Mir hat das ganze Video total Spaß gemacht, hier zu drehen. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Lass meinem Kanal deswegen auch gerne noch ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke und tragt nochmal gerne jetzt meinen Support-A-Creator-Code ein. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Haut rein und ja, peace. Ciao, ciao. Ciao, ciao.